Moin YouTube, in dem heutigen Video habe ich ProKill Liegestützen gemacht. Ansonsten, falls ihr mehr von solchen Wehungen wollt, wo ich irgendwie Sport oder sonst was machen sollte, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber ja, des Trotz, hoffe ich gefällt das Video, G2G Nighting Shop nicht vergessen einzutragen und ja, ich grüße eure Herzen und ja, wir sehen uns am nächsten Video. ProKill, 3 Liegestützen. Ich brauche mindestens 20 Kills, da mache ich so 60 Liegestützen. Okay, erster Kill. Das ist doch eigentlich aber auch nicht so einfach, Digga. Ich muss nur meinen Headstab setzen, Digga. Doch, das kann man eigentlich packen, aber es ist nicht eine leichte Bedingung. Der zweite Kill, ich habe aber nie mehr einen gehört. Okay, ich weiß halt nicht, ob man das immer genau perfekt sieht, Digga. So, der zweite, der dritte, Digga. Scheiße, Alter. Digga, das anstrengende in der Challenge ist halt einfach die ganze Zeit aufzustehen, finde ich. Nicht die Liegestützen selber. Aufstehen, dann wieder runter und wieder aufstehen, dann wieder runter und wieder aufstehen. Das ist anstrengend. Wenn du das dann so zehnmal machst, Digga. Nice. Digga, warum ist das? Ich verstehe nicht, wie ich Steps nicht höre. Balla, ich verstehe das nicht. For real, ich verstehe das nicht. Pro Tod zehn Liegestützen. Ich mache die gleich, nachdem ich gelandet bin, damit ich nicht noch mal sterbe. Das Ding ist, meine Hände werden davon richtig... Also, wie sage ich das? Meine Hand wird davon müde und dann aim ich schlechter. Zehn Liegestützen. Digga, aber ich mache die in einer guten Ausführung, ne? Das ist auch anstrengend. Gott nett. Das war ein Elf, oder? Ja, ich habe Elf gemacht, weil ich den einfach kackt habe. Pack. Das ist natürlich sehr, sehr schade gelaufen, meine Lieben. Ich weiß schon, was das ist. Ja, moin, Digga. Faire Zeitung, Digga. Für Buschkämpfer nochmal persönlich, Digga. Eins, zwei, fünf Liegestützen. Sollen wir noch eins, zwei, fünf Liegestützen dazu raufballern? Baller, dann wird Bruch sein. Meine Hand ist schon lebil, ne? Ich schwöre es euch, die funktioniert einfach nicht mehr. Ja. Quick! Oh, mein Gott, der Punkt! Der Basterd! Hey Waller, ich schwitze. Ich tue mal so, als ob ich schlecht beim Weglaufen war. Na, komm doch. Ich habe, glaube ich, das war ne scheiß Ausführung von mir. Das war ne richtig kack Ausführung. Ich habe, ich habe mein Dings ein bisschen nach unten. Viel zu weit nach unten. Das ist schon ziemlich asozial von dir gerade, ne? Weißt du das eigentlich? Aber auch irgendwie sehr sozial von dir, weil du mir Geld spendest. Das ist schon ziemlich asozial von dir gerade, ne? Weißt du das eigentlich? Das ist so ein win und böse Situation. Warte mal, ich sterbe durch den Knecht. Warte, du hast 25 nie gestützt, warte. Okay. Warte, 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 warte. warte aber wie soll ich warte ich muss ihn töten ich muss ich ihn besetzen ich hab das ich hab das das kacke oh oh so So, wo ist das? Wir haben es verstanden, du bist gut in dem Spiel. Die Stream snipen mich schon die ganze Zeit die Arme, ne? Ich schaffe alles, ich habe den Typen jetzt das dritte Mal getötet. Er schafft es einfach nicht, mich zu töten. Ey, warte ihm, ich will es drauf gefallen, dass jemand gesuppt hat. Ich muss fünf noch mal machen. Hey, Junge. Du verstehst nicht, wie ich schwitze. Nein, ich schwitze mehr als im Gym. Oho, Digga, der Bre. Gar nicht mal so schlecht. Oho, Digga. Uh, Jungen-Gerbal ist ja... ... ... ... ... ... ... Dieses ständige Aufstieg macht es einfach nur anstrengend. Digga, ich schwitze so ekelhaft, ne? Eigentlich hatte ich gedacht, dass ich die Runde sterbe werde, ne? Aber eigentlich will das Schicksal, dass ich gerade einfach mich weggnechte. Digga. Ey, willst du mich eigentlich ficken oder so, Digga? Was machen die denn? Digga, ey. Okay, warte. Ich habe gerade meine Form verpackt. Egal, ich muss schütt machen. Ich schwitze wie ein Bastard Bruder, will er auch sterben, Digga? Ey, ich habe in dieser Runde alleine 30 Liegestützen gemacht, ne? In dieser verfickten Runde Ich bin durch, ich hab's geschafft Ja, ich meine mehr als 30, sorry Ich bin gerade in Magier und hab liebe Funktionen Probleme Ey, ich schwitze so sehr, mein Kopf schwitzt so heftig, ne? I'm the big Lechi G2 Lechi for you, bitch